So, nun wird der Großvater wohl wieder ein Jahrhundertchen festgehen. Da oben war ich ihm recht gern leid. Aber du hast ja das Tu schon abgebunden. Ist das Blut auch völlig gestillt? Sei ohne Sorge, lieb's Elchen. Der Schreck war das Schlimmste. Wo nur Max bleibt, nun kommt er gewiss bald. Herr Kuno sagte doch, dass er bestimmt noch mal her senden werde. Es ist so still und einsam hier. Unangeweb ist es freilich, in einem solchen verwünschten Schloss am Polterabend fast muttersehender Leid zu sein. Zumal, wenn sich solche alten, ehrwürdigen Herrschaften mehr nichts, dir nichts von den Wänden erwarten. Daher glaube ich mir die Lebendigen und Jungen.